da kann ich drüben kann Mio ist auch gerade was hat mir das Crashkurs auch keine Ahnung um Moment ich schaue mal schnell auch was wir als letztes hatten um meine Füße stinken da hat er angezeigt noch was was Crashkurs hat mein letztes laut den Videos die ich hier habe gut dann machen wir als Todeszone nur noch wie viel fehlen uns noch? 3 oder? oder 2 nach Todeszone 1, 2 3 ja 3 Stück noch also 4 Stück mit Todeszone so Bester Läuern stellen ist offen er hat der aus feier bleibt der aus nur Louis Okja mein kleiner schwarzer Freund Tukatukan Tukatukan Howard here are they belong to your Sysform we are gonna have sent it back thành Licht aus, für die Spannung Ja, das so oder so Wir haben Left 4 Dead noch nie im Tag gespielt, oder? Kann das sein? Ah, nö, nie Nur noch Hey, nächstes Mal kommt der Prototyp 2 für die PC raus, oder? Ich glaube Ah, wie geil Ich hab gehört, das Militär evakuiert die Leute nach Riverside Wenn keiner nen besseren Plan hat, sollten wir dorthin Wir gehen nach Riverside, und dann wird das schon wieder Klasse Na, hast du alles? Klar Eine Bratpfanne Ich hab auch eine Okay, go Verdummung 总 Ich bin doch, ich bin doch ein Zombie Ich mag mal n gut Deutsch und du dein Also nicht Du tess Klar, das ist ja nix Nein Du tess Klar, sitzen wir Bistar kommt natürlich auch nicht in Frage. Oh weh. Hoho, verbrannt Zeug. Was macht den da oben? Spätrollfeile, jetzt wird spaßiger. Wo, Cha-Cha, wo? Ach toll, immer nicht. Ich das nicht. Klasse Schuss. Hm. Wo war der? Hm. Jetzt nicht so geil. Wir müssen durch den Tunnel hier. Er brennt, er stirbt gleich. Oh. Ach so. Das müssen wir gleich sehen. Uffs. Da, gestorben ist er. Hm. Oh, da ist er. Hey! Was ist da? Waffen! Eine Waffe. Wie hast du da? Wir sind Waffen? Ja. Eine Pistole nur. Ah Mist da. Team, wir sind nicht wohin, wie gar die Schiffe. Nein! Steht damit! Steht! Hinter dir! Hä? Lol, wie ist der da hingekommen? Geht dein Zombie, jump in on him! Gehen wir hier durch! Oh, ich hab Angst, dass jetzt... Wer ist vor so'n normaler Mensch? Wow! Dein Face so. Dein Face so. Wär. Woow! Was ist los? Oh Gott! er wurde vollgebummert toll was gar nicht wohin da oben sind wir sicher da oben sind wir sicher da oben ist man immer sicher aber hier ist schon der Safe-Boom wo kommst du? Moment ich muss mich verarzten also er hängt irgendwie fest schnell rein in den Schutzraum oh da ist die Dome mein Gott ich hab ne neunze Stück gekillt, toll neue Waffen haben wir noch die alten weise ne ich hab echt nicht was nicht da was neues ich meine Uzi also wir in den Kanälen ah da sind wir soo lass uns ich glaub es gibt genug schnell und darf weg sein hm ich glaub es gibt genug schnell und darf weg sein hm ich glaub es gibt genug voll schlimm dass sie so schnell unterwegs sind ich hab keine Ahnung hier durch hier durch woher die oh Gott auf ja Leute, ich bin auf ein Zombie gelandet! Ja, ich schaff's nicht! Er ist dabei sogar gestanden! Das ist irgendwo ein Boomer! Ich wusste es, ich hätte es durchlaufen lassen sollen So ein Scheiß, Alter, das kotzt jetzt an! Okay, ich warte, bis du wieder da bist Das ist einfach nur kacke! Ich... Kaufe, ich muss mich echt mal überhaupt auf uns lassen! Nein! Keine Ahnung, was für... So assi ist das! Keine Ahnung, was für immer was! Das hat irgendwie nur das Scheiß-Bundes gezogen! Nein, wie nur sie... Alter, Alter! Fatscht an! Was für ein Spiel, Alter! Ist sie da drinne? Hier geht's was! Oh, 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 oh! Wo ist denn die Ridge? Ist sie schon tot? Ja, keine Ahnung, wo die sitzt! Wieso, Scheiß, heute ist das Antrag wirklich nicht an, aber egal! Laserviseer Schlau, wo hängt sie denn hier oben? Da hinten? Ach du Scheiße Wo hast du sie? Na hinter den Ding da hin Ich ziel da gerade hinten, siehst du vielleicht, siehst du mit Laserstrahl? Warte, ah da Wollen wir sie holen? Ja, ich hab keinen Molotow Ich weiß nicht, ihr könnt ja versuchen auf sie zu ballern So viele Schüsse wie möglich Die muss er hier Doch, die kommt hoch Ist sie gestorben? Ach Okay, dann können wir weiter Ah Ich aktiviere mal, ne? Hm, so wird's versichert Ohlen müssen wir Ich glaub hier rüber Ja Ja, schießt ihr mal nicht Ich guck mir das Ganze mal an Wollt sie nicht Ah Ich guck drum rüber Wie kommt, drum rüber Was weiß ich Boah, ein Charger im Boomer die lieben Oh Ich weiß nicht, wo der Splitter hin ist Da vorne sind wir sicher! Da vorne sind wir sicher! Voll Angst, Alter! Wenn ein Tank jetzt kommt, dann haben wir ein Problem Okay, kommt keiner LOL Hilfe? Die sind alle hier drinne Oh Mann, ey! Oh Mann, ey! Ha! Oh Mann, ey! Ha! Na da, ey! Auf Wiedersehen! Oh Mann Faktor Emher Enhats Faktor Faktor Faktor